Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Warum? Na ja, wir beide und deine kleine Freundin sind die einzigen, die noch im Spiel sind. Reicht das als Begründung? Wann? Morgen. Auf dem Sherman Way gibt es ein Lokal, das heißt The Great Wall. Kennst du das? Kann ich mit dir reden? Es wird nicht lange dauern. Ich muss weg hier und ich glaube nicht, dass ich zurückkommen werde. Ich wollte dir nur sagen, die Zeit mit dir und Benicio war das Schönste, was mir je passiert ist.